Musik Hallo liebe New Gläser Mein Name ist Betty Amran Ich lebe in Berlin und arbeite hier sehr gerne als Make-up und Haar Artistin Speziell im Bereich für Celebrities, für Fashion Shows, aber auch für TV, Film und Fernsehen bin ich tätig Und liebe meinen Beruf und freue mich euch heute etwas davon erzählen zu können Musik Also ich habe erstmal angefangen immer groß zu denken Ich habe nie klein gedacht Das wird ja jeder von uns kennen, dass man denkt, bin ich gut genug Es gibt ja schon so viele, die vor mir da sind Wie kann ich mir da einen Weg durchbahnen Ohne jetzt zum kompletten schlechten Menschen zu mutieren Wenn ich das mal höflich ausdrucken soll Also ich wollte nie irgendwie mit harten Bandagen davor gehen Und irgendwelche mit Ellbogen rauskicken Sondern wollte eigentlich das immer auch ganz fair machen Und habe dann einfach gesagt Ich probiere es mal mit der besten Agentur Gehe als erstes dahin, nachdem ich mir halt was aufgebaut hatte schon So ein paar Fotos hatte vom ersten Job Und mich hat dann damals wirklich die beste Agentur in München genommen Die war, heißt Barbara Mirau Die Agentur, wie die Besitzerin Und die hat mir damals als allererstes eine Chance gegeben Und der werde ich auch mein Leben lang dankbar sein Weil ich war ein Nichts, ich war ein Niemand Ich war überhaupt nicht, wie soll man sagen Ich hatte ein paar Fotos, das war es Und die hat einfach erkannt, was in mir steckt Und die hat mir wirklich ohne Vortesten und Probejobs Einfach einen Vertrag gegeben und an mich geglaubt In Berlin kannst du so sein, wie du bist Die Leute lieben dich dafür Egal was du bist Ob du jetzt, sagen wir mal, eher dezent bist oder ganz laut Es findet sich hier immer jemand, der dich unterstützt Und dich so sein lässt, wie du bist Und meine Agentur hat immer zu mir gesagt Gehe nicht nach Berlin Da sind die Gagen kleiner Die können Leute von deinem Niveau nicht zahlen Das war mir aber irgendwann egal Weil mir kommt es eher darauf an Mit Leuten zu arbeiten, die kreativ sind Und die mein Denken und meine Weltanschauung teilen Als dass ich Millionen auf dem Konto habe Und bin unglücklich Und jetzt ist ja so, dass Berlin wahnsinnig im Kommen ist Und ich bin sowieso jemand, der sagt Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt Und das bietet Berlin absolut Du kannst in Berlin dein Leben so machen, wie du willst Und deswegen bin ich hier und bleibe hier Und gehe auch nicht mehr weg Soziale Medien gab es damals, wo ich angefangen habe, noch nicht so Also da gab es kein Facebook Und es gab maximal eben so eine Internetseite von der Agentur Und dadurch war das auch damals noch so Dass du eher mit deinem Buch zum Kunden gegangen bist Und jetzt mittlerweile ist es so Dass ziemlich viel, fast alles über das Internet passiert Also dein Internetauftritt ist super wichtig Es ist aber, finde ich, für Jobsuche relativ, würde ich sagen So eher die dritte, vierte Geige Also das Wichtigste ist eigentlich, dass du dich auf Veranstaltungen sehen lässt Dass du Leute kennenlernst persönlich Und das finde ich sehr gut, dass das noch so ist Also du musst schon deine Person einsetzen Also ein Couch-Potato hat überhaupt nichts in dem Job verloren Schüchternheit gehört auch nicht dazu Du musst losgehen, du musst zeigen, was du kannst So, jetzt bin ich fertig für den roten Teppich Es geht los und ich freue mich, dass ihr mir zugeschaut habt Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020